Ich habe vor zehn Jahren hier angefangen, als Köchin. Es war eher ein Zufall, dass ich hier gelandet bin, aber im Nachhinein ein Glücklicher. Nach ca. einem halben Jahr bin ich stellvertretende Küchenchefin geworden und vor ungefähr vier Jahren bin ich dann jetzt als Küchenleiterin oder Küchenchefin hier tätig bis heute. Kochen bedeutet für mich eine sehr kreative Arbeit ausleben zu können, bedeutet, dass es sehr inspirierend ist, es ist ein sehr familiäres Verhältnis unter den Kollegen. Es macht einfach Spaß hier zu arbeiten. Hier leben nette Menschen, hier gibt es lecker Essen, viel Wein. Es ist eine sehr schöne Gegend, wo man viel unternehmen kann. Für die Zukunft im Restaurant würde ich mir wünschen, dass es so weitergeht, dass ein schönes Verhältnis hier herrscht, dass es Spaß macht zu arbeiten, dass wir weiter kreative Gerichte in der Küche zaubern können, um die Gäste hier zu überraschen.